Ja, servus beieinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Das heutige Video dreht sich um deine persönliche Entwicklung und ich möchte dich recht herzlich dazu einladen, mit mir zusammen ein abstraktes Porträt zu malen. Und die Technik jetzt spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine leidenschaftliche Malerin und die Malerei verhalf mir tatsächlich zu einem Leben ohne Alkohol, Medikamente und Drogen und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Genesung im Dialog. Ja, du musst übrigens nicht süchtig sein, um von meinen Methoden profitieren zu können. Vom Material her, ich habe mich für Papier, für ein dickes Acrylpapier entschieden und die Farben entsprechen eigentlich nicht wirklich meinen üblichen Farben, aber es ist ja auch intuitiv ausprobieren, entdecken, sich neu entdecken, seine Persönlichkeit Ausdruck zu verschaffen. Also nimm dir gern einen Moment Zeit, geh ein bisschen in dich und die Farbauswahl, wähle Farben, die deinen neuen Eigenschaften am nähesten kommen, die sie symbolisieren. Das gleiche gilt für die Formen. Alles ist erlaubt. Und es soll ja auch Spaß machen. Also ich hatte richtig Lust auf dieses Bild und ja, ich hatte richtig Spaß daran. Das sind übrigens Aquarell-Pastellkreiden, und du siehst, man kann so ziemlich alles miteinander vermischen. Du fühlst dich häufig nach einem Arbeitstag total ausgebrannt oder auch viele Menschen, ja, die zerren fast ein bisschen an dir. Na, vielleicht bist du hochsensibel und benötigst einfache Methoden, um dich im Alltag zu schützen. Wenn du magst, hol dir gerne mein kostenfreies Workbook. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Und fang am besten gleich an. Ja, hier geht's weiter. Benütze auch gerne deine Hände. Also ich liebe es, auch die Hände oder mit Händen zu malen. Und das Thema ist ja, entdecke deine oder deine Persönlichkeit. Reflektiere in aller Ruhe. Was hat so das letzte Jahr an Positiven gebracht? Wo liegt die Freude? Ja, was bringt dein Herz oder deine Seele, besser ausgedrückt, zum Singen? Welche Farben symbolisieren diese neuen Erfahrungen? Lass es fließen, ja. Entspanne dich während dieses wundervollen, kreativen Prozesses. Das ist übrigens ein schwarzer Aquarellstift. Damit lassen sich sehr gut so Konturen zeichnen. Und du siehst, es muss nichts wirklich stimmen. Es ist dein Gesicht, dein Porträt. Also wir können da auch gern von den großen Künstlern lernen. Nimm Picasso in seiner kopistischen Zeit. Fantastische Bilder sind da entstanden. Oder übe oder beobachte mal Kinder, wenn Kinder zeichnen. Herrlich. Einfach nur herrlich. Ich gehe gern in die Lehre bei Kindern. Nur Mut. Viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich gerne über eine mögliche Zusammenarbeit. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss. 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 Ja, hier geht's, oder wir neigen uns langsam dem Ende zu. Mein Bild ist ja recht flott entstanden. Es sollte auch intuitiv sein, ohne nachzudenken. Wirklich aus dem Herzen heraus entstehen. Alles Liebe und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.